Vegane Ernährung in der Schwangerschaft funktioniert doch einfach nicht. Da hat man doch zu wenig Nährstoffe. Das ist ein Mythos, denn es geht tatsächlich ziemlich gut. Man muss auf ein paar Dinge achten, aber wenn man auf die achtet, dann ist es überhaupt kein Hindernis, sich auch während der Schwangerschaft weiterhin vegan zu ernähren. Und wie das Ganze funktioniert und was man beachten muss, das klären wir jetzt. Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in dieser Folge. Die vegane Ernährung ist schon lange kein Trend mehr, sondern eher ein gesellschaftlicher Wandel. Ob es jetzt sozioökonomische oder auch ökologische oder auch gesundheitliche Aspekte sind, die vegane Ernährung bietet sehr viele Vorteile. Aber wie ist das eigentlich in der Schwangerschaft? Denn vielleicht fehlen ja auch ein paar wichtige Nährstoffe bei der veganen Ernährung. Das heißt der Ernährung, ohne dass man tierische Lebensmittel konsumiert. Rund 1,4 Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum über 14 Jahre ernähren sich rein vegan. Die Dunkelziffer ist sicherlich noch höher und der Anteil an Flexitariern oder Flexiganern, also die Leute, die zu 95% vegan unterwegs sind, aber dann doch nochmal beim Bäcker die Butterbrezel oder das Stück Kuchen bei der Oma essen, wo halt Butter verarbeitet ist, die ist nochmal viel höher. Somit ist die vegane Ernährungsweise mittlerweile nicht nur ein moderner Trend, sondern wirklich ein gesellschaftlicher Ernährungswandel, der natürlich auch viele Hintergründe birgt. Eine ganz persönliche Entscheidung, eine ganz individuelle Geschichte, aber eben nicht auch nur persönlich wegen der eigenen Gesundheit, sondern eben auch wegen weltweiten ökologischen Gesichtspunkten. Dass das auch in der Schwangerschaft funktioniert, das ist mittlerweile erwiesen. Es müssen aber ein paar Dinge beachtet werden und das sind die sogenannten kritischen Nährstoffe. Man hat ja in der Schwangerschaft grundsätzlich einen Mehrbedarf an Mikronährstoffen. Der Kalorienbedarf in der Schwangerschaft, der ändert sich fast gar nicht. Ganz am Ende der Schwangerschaft hat man einen Mehrkalorienbedarf von 200 bis 300 Kalorien, entspricht ungefähr zwei reifen Bananen. Also viel mehr Kalorien muss man nicht zu sich nehmen. All die Spurenelemente, Mineralien, auch Vitamine müssen jetzt mehr zu sich genommen werden. Viele Schwangere merken das an sich, dass sie jetzt mehr Lust auf Obst haben, mehr Lust auf Gemüse, auf Säfte. Das geht fast automatisch, dass dieser Mikronährstoffbedarf, der ja höher ist, automatisch angepasst wird an die normale Ernährung der Frau. Wie ist es aber jetzt bei der veganen Ernährung? Folsäure, Jod, Eisen und auch Magnesium kommen jetzt immer mehr ins Gespräch. Das sind halt wirklich wichtige Punkte, die man schon bei Kinderwunsch am besten anfängt gut zu ergänzen, dass die Speicher gut gefüllt sind. Das ist also einigen klar. Aber wie es mit Omega-3-Fettsäuren, Zink, Vitamin B12 oder auch DHA aussieht, das wissen eben die wenigsten. Und das sind genau die kritischen Nährstoffe, die man bei einer veganen Ernährung beachten muss, dass man da genug von erwischt. Denn sonst, gerade bei Vitamin B12 oder auch Zink, das sind Elemente, die quasi auch auf genetischer Ebene arbeiten und dem Kind einfach unglaublich viel bringen, wenn sie ausreichend da sind und wenn sie zu wenig sogar da sind, also ein Mangel herrscht bei der Mutter, dann kann er sogar weitreichende Konsequenzen für das Ungeborene haben. Vor allen Dingen auch der Mehrbedarf an Eiweiß zum Beispiel ist vielen gar nicht bewusst in der Schwangerschaft. Man hat zur Mitte der Schwangerschaft einen Mehrbedarf an Eiweiß und zum Ende der Schwangerschaft nimmt er sogar nochmal mehr zu. Das heißt, die Eiweißversorgung ist enorm wichtig. Auch die Vitamine A, C und B6 nehmen am Ende der Schwangerschaft vom Bedarf her nochmal enorm zu. Das ist aber etwas, was auch mit einer veganen Ernährung zum Beispiel gut ausgeglichen werden kann, wenn man es denn weiß. Deswegen ist eine gute Ernährungsberatung und auch das ärztliche Gespräch vorher ganz, ganz wichtig, dass man zur Not auch einfach mal diese kritischen Nährstoffe im Blut bestimmt. Wie ist der Vitamin-B12-Haushalt? Wie ist der Zink-Haushalt? Wie ist vielleicht auch der Vitamin-D-Haushalt? All das kann vorher bestimmt werden, um zu schauen, habe ich einen Mangel oder eben nicht? Muss ich substituieren oder eben nicht? Dabei muss man jetzt eins beachten. VeganerInnen haben ein wahnsinnig gutes Verständnis für Ernährung. Sie befassen sich mit dem Thema, sie setzen sich damit auseinander. Deswegen sind ganz, ganz viele VeganerInnen auch nicht in einer Mangelversorgung, weil sie schon wissen, dass sie wahrscheinlich einen Mangel entwickeln können bei langjähriger veganer Ernährung von diesen wichtigen Faktoren, zum Beispiel auch Vitamin-B12. Diese Menschen setzen sich wahnsinnig mit Ernährung auseinander, sodass es statistisch sogar erwiesen ist, dass sich vegan ernährende Menschen weniger in der Mangelversorgung befinden, als die Menschen, die sich jetzt rundum versorgen mit Fleisch, mit tierischen Produkten, die aber weniger auf die Ernährung achten. Also tatsächlich, die Leute, die sich sehr mit Ernährung befassen, und das sind VeganerInnen meistens, sind auch oft gar nicht mangelversorgt. Sollte man sich jetzt langjährig vegan ernährt haben, ohne darauf geachtet zu haben, muss man wirklich darauf achten, ob da eine Mangelversorgung bei diesen kritischen Nährstoffen herrscht. Auch Calcium, Eiweiß, Jod, Folsäure, das sind alles Punkte, die auch die nicht schwangeren Menschen zum Beispiel auch betreffen können. Gerade ein Eiweißmangel hat eklatante Folgen für den menschlichen Organismus. Heißt, alle VeganerInnen sollten definitiv darauf achten, dass sie diese kritischen Nährstoffe dann auch supplementieren oder mehrfach konsumieren. Hast du jetzt also Kinderwunsch, bist vegan unterwegs, dann ist die offizielle Empfehlung der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und auch die der Gynäkologischen Gesellschaften, dass man im Vorfeld auch schon schaut, habe ich da irgendwo einen Minderbedarf, habe ich da irgendwo eine Unterversorgung, muss ich irgendwo supplementieren, dass man sich da schon in professionelle Hände eben begibt, um das schon mal im Vorfeld abgeklärt zu haben. Nicht, dass man in der Schwangerschaft hinterherläuft, so eine Minderversorgung aufbauen zu wollen, weil der Bedarf, das haben wir ja gerade gehört, ist einfach enorm gesteigert in der Schwangerschaft. Wenn man es also nochmal zusammenfasst, vegane Ernährung in der Schwangerschaft, ja, ist möglich. Es gibt kritische Nährstoffe, das ist DHA, was besonders viel im Fisch vorkommt, das sind Omega-3-Fettsäuren, das ist Zink, das ist auch Calcium, das ist auch Jod und das ist Eiweiß, auf die eben besonders geachtet werden müssen, allen voran das Vitamin B12, weil das auch bei der Blutbildung des Ungeborenen ein wahnsinnig wichtiger Kofaktor ist. Es heißt auch nicht unbedingt, dass diese kritischen Nährstoffe in Tablettenform jetzt ergänzt werden müssen. Es gibt viele Mikronährstoffe und auch Vitamine, die in speziellen Lebensmitteln herrschen. DHA zum Beispiel können auch über Mikroalgen und auch Jod über Mikroalgen konsumiert werden. Hier schwankt dieser Jodbedarf immer sehr stark, manchmal ein zu viel, manchmal ein zu wenig in den Algen, aber da ist DHA zum Beispiel ausreichend drin. Eine sehr gute Eisenquelle sind Hülsenfrüchte, Nüsse oder auch andere Getreidearten. Vitamin C braucht man fast gar nicht drüber sprechen, gibt es in diversen Gemüse- und Obstsorten ganz ausreichend. Was eben kritisch bleibt, ist das B12, das Jod, was immer nicht so gut konsumiert werden kann und natürlich auch die Folsäure, gerade vor dem Kinderwunsch, sollte man da schon darauf achten, dass man da gut und ausreichend konsumiert bzw. substituiert hat. Es spricht aber überhaupt nichts dagegen, wenn man irgendwo eine Minderversorgung hat, nehmen wir jetzt mal das Vitamin B12, dass man da eben zur Nahrungsergänzung greift und diese Minderversorgung eben wieder auffüllt, bis es in einem Rahmen ist, wo man sagen kann, jetzt bin ich wieder ausreichend versorgt für mich und vor allen Dingen auch für mein Kind. Summa summarum, vegane Ernährung, Schwangerschaft schließt sich nicht aus. Frauen, die vegan unterwegs waren vor dem Kinderwunsch und vor der Schwangerschaft, können es auch weiterhin bleiben, übrigens auch in der Stillzeit. Alles möglich mit den Dingen, die wir jetzt heute hier besprochen haben, geht das natürlich auch für die Stillenden. Wie das bei Kindern ist, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wenn ihr Lust habt, dass ich vielleicht auch mit einem Kinderarzt drüber spreche, wie ist denn das eigentlich mit der veganen Ernährung bei Kindern, dann schreibt es mir mal in die Kommentare, dann sehe ich, dass da der Bedarf da ist. Und dann setze ich mich doch mal zusammen mit einem Profi, was die kleinen Kinder anhat. In dem Sinne, viel Spaß und frohes Ernähren. Bis dahin, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020